Lufthansa 4-5L6, guten Tag. Taxi Holding Point 2-5-Ride via Call Center, Alpha, Mondschaltung, Delta, West. Boden von Cockpit? Ja, hier Boden. So, ist alles fertig, habe ich gehört, ne? Alles fertig, die Hydraulik ist frei, können wir anheben? Sie können anheben, klar. Perfekt. Lufthansa 4-5L, Alpha, Dufa, Freit, 2175, tschüss. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Board auf meinem letzten Flug nach Los Angeles. Mit mir im Cockpit Kapitän Rainer Lange und Senior First Officer Matthias Bauer. Wir fliegen zu meiner Lieblings-Destination an die Westküste nach Amerika und schön, dass Sie mit dabei sind. Perfekt. Lufthansa 4-5L, Alpha, 2-3, fully ready. Lufthansa 4-5L, Alpha, 2-3, fully ready. Kevin ready. Kevin ready, wunderbar. Lufthansa 4-5L, 2-8, 0 degrees, 5 knots. Runway 2-5L, right, cleared for takeoff. Tschüss. Lufthansa 4-5L, cleared takeoff, 2-5L, right. Tschüss. Takeoff. Takeoff power set. Go. Rotate. You're up, you're up. You're up. You're up, you're up. Delta 7-9-1 Leveling, flightable 3-1-0. Den werden wir gleich überholen, der hier rechts. Ja, das geht schnell. Der ist langsamer als wir. Flightable 3-4-0. Wenn man fliegt und der Nachbar sieht einen, dann fragt er, wo kommst du her? Dann kommt man aus Bangkok, aus Los Angeles oder aus Dubai und wenn man nicht mehr fliegt, kommt man vom Aldi oder vom Tengelmann. Es ist so. Mit der Crew in Kalifornien. Ach, so habe ich mir meinen letzten Flug auch vorgestellt. Ich werde natürlich am meisten das Selbstfliegen mit dem Jumbo vermissen. Das ist gar keine Frage. Fluggäste, ihr Kapitän nochmals, verbleibende Flugzeit noch etwa 35 Minuten. Wir nähern uns immer mehr Los Angeles und das ist eine Besonderheit hier in Los Angeles beim Anflug. Man kommt am Ende des Fluges nochmal über relativ hohe Berge und da muss man darauf achten, dass man die in der entsprechenden Höhe überfliegt. Look at, sensor higher. Yeah. Ich muss nur noch essen. schlafen und landen. Genau, das ist eigentlich... Dann haben wir es.